Hallo ihr Lieben, hier ist er wieder, euer Rizzo und heute habe ich natürlich wieder einen Gast bei mir, den wir, oder der hat mich jetzt schon wirklich lange begleitet, er hat schon mit mir gekocht. Ich denke mal, man kann auch sagen, Alessio ist schon zu einem coolen Kumpel, zu einem Freund geworden, weil wir wirklich viel, viel zusammen Projekte unternehmen, wie auch immer, und da gibt es natürlich auch eine Bindung, BÄM sagt man dazu, und heute Sizilianische Küche mit Alessio, wie geil ist das denn, oder? Alessio, willkommen! BÄM! Und jetzt lassen wir uns hier gleich mal richtig Gas geben, oder? Wir kochen lecker Sizilianisch heute. Aber, was müssen wir vorher noch machen, Alessio? Ja, was müssen wir machen? Das Octobus. Nein, erst mal eine Kochjagre anziehen, oder? Ah, ja, stimmt. Okay, also bis gleich, bleib dran, ciao. Oh, 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 oh. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Alessio? Hallo, BÄM! Hey, BÄM! Du hast eine coole Jacke anhand. Ja! Was ist los? Ja, Rizzo Koch. Ich glaube, der erste Koch, der heute mit Rizzo kocht, der auch eine Rizzo Kochjagre anhaben kann, darf, wie auch immer. Darf, klingt blöd, oder? Nur die Arten kommen in den Garten, deswegen haben wir das geile. Alessio, du entführst uns heute in die Sizilianische Küche. Genau. Also, Prego, deine Kamera. Ciao, BÄM! Leute, heute machen wir eine Spaghetti mit Meeresfrüchten. So, wir haben leckere Bungole, geile Garnele, Muscheln und Polpo. Okay, wir haben eine schöne, wir haben schon Kräuter gemacht, so mit Öl, bisschen Pikante, bisschen Zwiebel. Wir haben natürlich das beste Pasta von Scambaro, schöne Grüße Gustami Leipzig. So, dann machen wir zuerst einen Oktabussalat und kochen wir schön erstmal mit Salz und Pfeffer. Lassen wir ein bisschen, sagen wir so, kochen. Und dann machen wir einen geilen Salat. Okay, also, lass uns anfangen. Du hast gesagt, als erstes der Polpo. Polpo ist natürlich hier. Das ist eine, normale hier ist eine Delikatesse in Deutschland. Bei uns ist der Alltag, also jeder in der sizilienischen Küche, machst du den Kühlschrank auf, gibt es immer ein Polpo. Ja. Gibt es früh, Mittag, überall immer Polpo ist dabei. Du machst so geile Burger, habe ich gesehen. Ja, ich mache es auch, das berühmte Hochkappus-Burger. Geil. Wir grillen schön und wir haben eine Kräuter. Machen wir eine Kräutermarinade und lecker Panini mit selbstgemachtem Brot. Ja, die kommen sehr gut an und kannst du nicht überall. Mal was anderes als wie eine normale Bratwurst, oder? Mal was anderes. Genau. Es ist lecker, frisch, mediterranisch. Geil. Ja. Ich liebe es. Okay. Okay, jetzt hier. Oktopus ab ins Wasser. Oktopus. Hast du eigentlich gewusst, dass der Oktopus ein richtig schlaues Lebewesen ist? Ja, habe ich gewusst. Da sollten manche Leute ein bisschen mehr essen davon, oder? Ja, na klar. Ich esse normalerweise zwei, dreimal die Woche. Immer Oktopus-Salat. Weil ich liebe es. Okay, jetzt lassen wir kochen. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Aber dieser Oktopus ist richtig groß, deswegen dreiviertel Stunde muss er kochen. Siehst du, und bei dir habe ich es das erste Mal so gesehen, einfach. Die italienische Küche ist wirklich schnell und einfach. Einfach. Es gibt keine Schnickschnack. Ja. Olivenöl, Zwiebel, Knoblau. Und das war's. Also brauchen wir keine Sahne. Wir brauchen keine speziellen etwas. Also die italienische Küche ist einfach geil. Und der Punkt ist, hier kommt noch kein Gemüse rein und gar nichts rein. Nichts. Salz. Nur Salz. Fertig. Genau. Normalerweise, wenn ich in Sizilien bin, dann mag ich mit Salzwasser von Meer. Weißt du? Dann nehme ich in einem Heimat Wasser von Meer und dann mag ich rein. Weißt du? Das ist geil. Mega. Mega. Könnte man theoretisch auch am Strand in Sizilien ein kleines Feuerchen machen? Klar, kannst du. Kessel drüber hängen? Klar. Pulpo rein? Ab in Sizilien. Ey, ab nach Sizilien. Ja. Natürlich, wir haben eine geile Küche, geile Frisch. Weißt du, Sonne, Meer. Die Leute sind alle, sagen wir so, freundlich. Selbstverständlich, wenn immer die Sonne scheint, du würdest auch so sein. Ja? Absolut. Genau, erzähl mal, was machst du jetzt noch nebenher? Oder ich ganz kurz, ich wäre mal hier für den Salat. Mache ich mal ein paar Parmesankörbchen fertig. Okay. Wo man so ein bisschen Rucola-Salat mit Tomaten, den Pulpo noch mit reinmachen kann. Okay. Vielleicht einen gegrillten Brokkoli noch mit dazu. Und du machst jetzt was? Ich fange an mit, ich mache ein bisschen Wongole, ein bisschen Muscheln, ein bisschen anbraten und so. Einen Trick, ragazzi. Hier, schau mal. Das sind die Wongole, ne? Siehst du? Die leben noch. Machst du ein bisschen Salz rein, die gehen auf und zu. Das bedeutet, die sind sehr frisch. Das ist immer ein Zeichen halt, ne? Das ist ein Zeichen. Immer wenn du Wongole kaufst, ein bisschen Saft oben drüber und dann merkst du wirklich, dass die frisch sind, wenn die auf und zu gehen. Dasselbe natürlich auch bei den Miesmuscheln, ne? Bei Miesmuscheln, genau. Dasselbe. Oder bei Miesmuscheln kann man auch ein bisschen Zitronensaft. Genau. Wollen wir es mal demonstrieren? Ja, können wir. Können wir zeigen, das mal. Nimmst du dir eine raus oder zwei? Eine, reicht. Okay. Siehst du? Wie geht die zu? No? Die leben. Im Endeffekt. Ja. Also ich habe damals mit meinem Pizzaiolo, mit Andrea, wenn wir Muscheln gehabt haben im Restaurant, haben wir die auch mal frisch gegessen. Ja, man kann auch. Das heißt, einfach da ein bisschen rausgezutscht. Bisschen Zitrone, bisschen Pfeffer. Mega. Brauchst du kein Salz, weil normalerweise gibt es so diese Wasser, eigene Wasser. Genau. Deswegen brauchst du nur ein bisschen Pfeffer. Ich esse auch Austern, Muscheln, so auch roh. Okay. Bei uns in Sizilien gibt es eine spezielle Garnele. Die sind ungefähr so groß. Die sind sehr rot. Die kommen aus Mazzara del Vallo. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Trapani. Ja, das ist eine besondere Garnele-Sorte. Und da kann man richtig roh essen. Ja. Die schmecken wunderbar. Aber hier, leider, das Problem kriegen wir nicht in Deutschland. Weil das ist, nur in diesem Gebiet werden gefangen. Okay. Das gibt es nicht viele. Das sind natürlich Artikel, die mit Sicherheit dann auch beim Patrick, also bei Edeka Müller vorbestellt werden müssen. Weil heute hast du sie mitgebracht. Ja, selbstverständlich. Aber ansonsten sind das Artikel, die ganz einfach bestellen können. Kann man bei Patrick, Wilderhof, Edeka Müller bestellen. Also bei Bestellung ist alles da. Genau. Gut. Okay, wollen wir anfangen? Ich fange an. Ein, was habe ich noch? Okay. Du hast kostbares Olivenöl aus Sizilien mitgebracht. Ja. Und es ist so kostbar, dass wir es natürlich auch verschlossen haben. Genau. Nein, wir haben es im Prinzip einfach mal aufgetaut. Das heißt, weil bei gewissen Temperaturen natürlich der Aggregatzustand sich verändert beim Olivenöl. Genau. Du hast gesagt, Olivenöl lagern immer dunkel. Dunkel, immer lagern dunkel. Diese Olivenöl ist eine besondere Sorte von Oliven. Die Olivenöl ist Tonda Iblea. Die kommt auf Frantoico Treda. Das ist bei Chiara Monte Gulfi. Das sind gute Freunde von uns. Diese Olivenöl ist mit Hand gepflückt im Oktober und wird gepresst, kalt gepresst. Und das ist der erste Saft. Deswegen ist es etwas Besonderes. Man kann es dann probieren. Es ist schön grün. Und dieses Olivenöl könnt ihr bei mir bestellen. www.alesio-dressen.de Aus unserer Internetseite. Also das ist auf jeden Fall ein Olivenöl. Da sollte man auch nicht aufs Geld achten. Olivenöl ist ein gutes Olivenöl. Also gute Olivenöl kostet ein bisschen Geld. Wir Sizilianer essen jeden Tag ein Löffel von Olivenöl. Okay, hier. Jeden Tag ein Löffel Olivenöl. Weißt du? Da bist du wirklich deine Magen. Ist richtig frei. Weißt du? Das ist... Und? Schmeckt dir? Das schmeckt so frisch nach Kräutern, Artischocken, Gras. Also das ist wirklich fantastisch. Okay? Ich schreibe jetzt hier erstmal den Parmesan. Den wir natürlich nicht für unsere Pasta brauchen, ne? Weil Meeresfrüchte und Fischgerichte, Pasta... Nein, das passen nicht zusammen. Gibt es kein Parmesan. Es gibt kein Parmesan, ne? Es gibt kein Parmesan, no go. No go. Absolutes no go. Gute Fisch, gute Nudeln, gibt es kein Parmesan. Natürlich, die Geschmache sind immer unterschiedlich. Also bei mir im Restaurant kommt kein Parmesan auf. So, ich habe was vorbereitet. Ja, das ist ein Rezept von meiner Mama. So, was hast du da drin? Olivenöl, Zwiebeln? Olivenöl, Zwiebeln, Knoblau, bisschen Tomaten. Ja, ist ein bisschen scharf. Okay. Hast du auch Carbon? Carbon hast du keine mit drin? Carbon habe ich nicht. Okay. Das passt nicht. Lobär hast du auf jeden Fall, sehe ich. Lobär, ein bisschen Lobär. Weißt du? Das ist eine geile Mischung. Leute, das ist wunderbar. Ihr könnt ja zu Hause machen Olivenöl, bisschen Knoblau, bisschen Zwiebeln, bisschen Lorbeer, bisschen Tomaten einlegen. Und ihr könnt eine geile Soße drauf machen. Und vor allem, das hält sich auch eine ganze Weile. Ja, klar. Das kannst du vorbereiten, machst du dir für die Saison fertig. Okay. Wir machen ein bisschen Wongole. Bisschen Muscheln, Missmuscheln. Jetzt sind ja die Monate mit dem Buchstaben R, so hat man es gelernt bei uns. Genau. Alle Monate mit R sind Muschelmonate. Ja, sind geile Muscheln. Ja. Die sind richtig groß. Okay. Und viele Fleisch. Wenn du Juni, Juli, August, gibt es auch Muscheln. Aber die sind sehr klein. Ich mag es besonders nicht. Deswegen müssen wir das immer achten. So, ich habe jetzt hier einfach mal den Parmesan gerieben. Lege den hier auf mein Backblech aus. Ja. Dann geht er ab in den Ofen. So, wir löschen ein bisschen Weißwein. Natürlich haben wir ein sissinianischer Wein, ein Grillo. Danke, Patrick. Okay. Das wäre jetzt kurze Alvino Bianco, oder? Das ist kurze Muscheln Alvino Bianco, normalerweise. Aber wir wollen eine Spagette mit Meeresfrüchten machen. Da tun wir auch ein bisschen Tomatensoße dann. Herrlich. Das ist... Mama, ich liebe dich. Oh, herrlich. Danke, Mama. Meine Mutter hat mir alles beigebracht. Ja, ich war immer, neben meiner Mutter, habe ich immer, ich war ein schlauer Kind, ich habe immer geschaut, was ich mache. Wie ich das mache, welche. Weil manchmal ist es wichtig, erstes Salz, dann Pfeffer. Erstes, du musst immer wissen, Olivenöl. Dann musst du Knoblauch, dann Zwiebel. Weißt du? Ja. Nicht einfach, weißt du? So, jetzt gehen die Muscheln auf. Was gibst du jetzt hier noch zu? Jetzt, wenn die noch ein bisschen fertig sind, tue ich ein bisschen Garnele rein. Ja. Ja, sonst, wenn ich vorher die Garnele mache, dann wird die Garnele sehr hart. Das ist das Genie. Die Garnele muss saftig. Genau. Die brauchen zwei Minuten, drei Minuten, und dann sind fertig. Okay. Die Garnele. Was macht unser Octabus? Ich wäre mal hier zwischendurch, die kann so ein bisschen, ja. Das passt, aber zumindest erst mal hier auf Temperatur bringen. Schau mal, wie egal ist, ne? Hm. Ja, und du riechst halt schon die Schärfe halt, ne? Schau mal, die Muschelle. Merkst du das? Ja. Die gehen langsam alles auf, ja. Schau mal. Das ist ein Zeichen, dass die Muscheln sehr frisch sind. Ja. Was für ein geiles Bild. Ja. Leute, das ist einfach Küche. Also, keine Schnickschnack. Es ist ganz einfach. Im Endeffekt hat sie halt, ne? Ja, das ist schnell gemacht. Die sind schon fertig. Habt ihr dieses Öl da, diese Marinade, ist die erwärmt oder ist die alles im kalten Zustand? Alles im kalten Zustand. Das heißt, man nimmt sich hier einfach so ein Glas daher. Man nimmt sich hier einfach so ein Glas daher. Man nimmt sich hier ein Glas. Ja. Alles kleingeschnitten. Kleingeschnitten. Und dann machst du Olivenöl rein. Fertig. Bestes Olivenöl. Ja, das ist besser. Du musst keine billige Discount. Geh nicht. Wenn du Discount, dann brauchst du sowas nicht machen. Ja? Dann lasst du zwei, drei Tage stehen. Du musst immer schütteln. Ja. Und dann ist es fertig. Perfekt. Du kannst auch normalerweise so eine Bruschetta machen. Machst du ein schönes Brot. Schönes Ofen. Schönes Essen. Schönes Kloß. Und dann kannst du obendrauf diese Marinade machen. Und kannst du essen. Und danach sprichst du Italienisch. Sehr geil. Auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Gut, dann werde ich mich mal hier um den Salat auf jeden Fall noch kümmern. Schön Rucola, paar Tomaten, Kirschtomaten oder hier Datteltomaten in dem Fall. So, ich nehme jetzt ein bisschen, zwei, drei Garnele. Okay. Ich mache die Garnele auf und dann gibst du so einen kleinen Damm. Ja? Da musst du wegmachen. Weil sonst die werden die Garnele ein bisschen bitter. Nehmen wir den Damm weg. Okay. Sehst du? Und dann rein. Zumal du willst ja auch nicht das essen, was die Garnele als letztes gegessen hat, oder? Ja, genau. Muss man ein bisschen, ne? Daran erkennt man übrigens auch einen guten Gastronomen. Schau mal, die sind sehr frisch. Guck mal, die weiße Fleisch. Ja? Guck mal, die Fleisch ist sehr weiß. Das muss weg. Ja? Da will niemand das essen. Wohl der Rogen bei manchen auch eine Delikatesse ist, ne? Also nicht der Darm, sondern der Rogen an sich. Ja, das, ja. Aber hier mache ich grundsätzlich weg. Wollen wir mal hier reinschauen, schaut mal hier. Gibt es nichts. Was hier los ist? Ey, was ist hier los? Buongiorno, Senior. Buongiorno. Normalerweise, ja, Kai, wir müssen eine Muschel probieren. Na, dann probieren wir eine, oder? Ja, schauen wir mal, ja? Das ist, schauen wir mal. Leute, das ist eine geile Muschel. Ja? Kai, das ist für dich. Und eine für dich. Und eine für mich. Okay? Und noch ein Trick. Ja? Ihr seid im Restaurant. Okay? Bestellt ihr eine Muschel, weißwein Soße, Tomaten Soße. Und viele Gäste, die wissen nicht, wie man Muschel essen. Ja? Und da fragen mich, ey, wie soll ich das machen? Ja? Hier, Kai, schau mal. Warte, ich gucke. Nimm schon eine Schale. Das ist wie eine Pinzette. Okay? Schau mal. Okay? Okay? Nimmst du so. Hm. Okay? Brauchst du kein Messer, keine Gabel, nicht? Du brauchst nur das. Okay? Das ist ein Tipp von mir. Alessio, ich habe jetzt hier mal den Parmigiano rausgenommen. Der ist jetzt schön geschmolzen, hat es in eine leichte Farbe bekommen. Jetzt lassen wir den etwas runterkühlen. Okay. Und dann geben wir den über eine Kaffeetasse. Okay. Weißt du? Und dann fällt der so runter. Und wenn der abgekühlt ist, haben wir dann ein schönes Körbchen. Okay. Dazu braucht der Rizzo bloß mal eine Palette. Die muss ich mir jetzt noch flugs holen. Nudeln. Ja, mehr Salz. Okay. Das ist wichtig. Viel Salz, ne? Ja. Das wissen die eigentlich schon, die Community. Okay. Weil alles, was du jetzt vergisst, an Salz zuzugeben, kriegst du nie wieder in die Nudel rein. Nee, das geht nicht. Also hinterher dann noch zu salzen, bringt gar nichts mehr. Das bringt nicht mehr. So, ziehen das mal hier ein bisschen rüber. Ich mache noch ein bisschen Weißwein. So, wir nehmen jetzt hier schön den noch etwas warmen Parmesan. Oh, sehr schön. Und stülpen den hier drüber. Unsere Polpo. Natürlich, wenn die Polpo fertig ist, tun wir ein bisschen auch in die Spaghetti rein. Das ist auch mal für zu euch zu Hause quasi, wenn ihr eine Party macht oder wie auch immer, eine italienische Nacht zu Hause. Hier so ein Parmesan-Kürbchen kannst du ein super Salat reinmachen, Pogniocchi vielleicht reinmachen oder wie auch immer und dann aus dem Schälchen halt essen. Also natürlich, wenn die Lockdown vorbei ist, wir kommen auch bei Ihnen zu Hause, oder Kai? Genau. Genau, darauf wollen wir noch hinauskommen. Alessio kocht natürlich nicht nur im Restaurant, sondern er kocht natürlich auch bei Leuten zu Hause, auf Partys, auf Feiern, wie auch immer. Ja. Und gern kommen wir natürlich auch zusammen bei euch vorbei. Ein Duo. Rizzo Alessio. Man nennt es auch Rizzo Rante. Rizzo Rante. Ja. Wir machen das. Geburtstag, Hochzeit, Kommunion. Oder halt Special Events. Special Events wie Firmen, Feiern. So, wir tun ein bisschen Polpa. Ein bisschen Öl wäre nicht schlecht, ne? Ja, machen wir noch. Okay. Oh, das sieht gut aus. Das sind auch Tomaten, geschälte Tomaten, da haben wir ja auch schon öfter mal drüber gesprochen. Das ist keine Schande, geschälte Tomaten zu kaufen aus der Dose. Nein, nein, nein. Das ist keine Schande. Aber immer das Beste. Ja. Olivenöl, Frantoje Coutrera. Okay. Wir tropft jetzt schon der Zahn, Alessio. Ja. Soll ich dir mal ein bisschen Prezemolo hacken? Kann man machen, ja. Soll ich das mal machen? Ja. Hier geben wir bloß einfach schon Marucola zu den geschnittenen Tomaten dazu. Mhm. Und den Salat machen wir auch bloß ganz einfach an, Alessio, ne? Genau. Was machen wir hier dran? Ähm, Olivenöl, Salz, Pfeffer. Das reicht. Ein kleines Schuss Balsamico noch? Ja, klar. Kleines Schuss Balsamico mit dran. Obwohl, ähm, wir Sizilianer. Das ist eher eine Notgeschichte, ne? Balsamico. Ja, wir sind ein bisschen mit Balsamico. Kriegsfuß. Ja, genau. Wir, ähm, nehmen immer Weinessig. Ja. Ja. Worum haben wir heute keinen Weinessig hier, Alessio? Weil es schwierig ist. Wann warst du jetzt nochmal zu Hause? Ja, ja. Ja, ich weiß, ich war leider das letzte Mal vor zwei Jahren. Wurz Zeit. Ich wollte dieses Jahr gehen, aber leider wegen Corona und, äh, konnte ich leider nicht, ne? Aber ich rufe fast jeden Tag zu Hause an. Meine Mama ist da, mein Papa, mein Nefe. Wie viele Geschwister hast du, Alessio? Ich habe vier Geschwister. Eine lebt, ähm, hier in Dresden. Mein Bruder, Gabriele. Und eine Eros, die lebt in Mailand. Okay. Und dann habe ich, äh, einen Bruder, lebt, äh, noch in Sizilien. Der auch Gastronom, der da war im Restaurant. Und meine Schwester, die arbeitet mit meiner Mutti zusammen im Gericht. Okay. Ja. Und erzähl mal eine Story, Alessio, wie bist denn du hierher gekommen? Ich bin, ähm... Oder wann bist du hergekommen? Hallo, ich bin gekommen im September 96, ähm, erster Mal nach Leipzig. Das war, sag ich mal so, schlimme Tage in meinem Leben, weil, äh, ich bin, wir sind gelandet am Flughafen. Und, äh, das war September, 26. September. Das weißt du noch? Ja, ja. Also, wir sind geflogen, war 30 Grad. Aha. Und dann bin ich hier, da war minus 26. Da haben wir einen Schock gehabt, alle. Weil wir, wir waren nicht vorbereitet, ne? Die Klamotten und so. Wussten wir nicht, was... So, das war wirklich, äh, die erste Woche war sehr hart. Und, äh, waren wir neun, äh, Freunde, waren wir, und, äh, nach einer Woche, die waren, waren wir nur zu dritt. Also, sechs, äh, Jungs sind, äh, zurückgegangen nach Sizilien, weil die haben nicht geschafft. Okay. Aber, ähm, ich bin Stier, ja, und, äh, habe ich Power, ist egal was, bin ich immer, äh, optimistisch. Alessu, wann hast du Geburtstag? Am 17. Mai. Mhm. Ja, Kai, wann hast du Geburtstag? Am 18. Mai. Ja, was ist hier los? Dann kochen wir für euch, oder? Dann feiern wir zusammen dieses Jahr. Vielleicht bei euch zu Hause. Dann holen wir uns noch den Mirko noch dazu, den Mirko Fuland, weil der hat nämlich am 16. Mai. Ja, klar. Dann machen wir drei Tage Party. Drei Tage Party. Äh, Rotwein, Weißwein, Grappa. Du bringst du Balinka. Balinka? Aus Ungarien. Jawohl. Okay. Und dann? Schau mal. Hey, was willst du mehr? Was willst du mehr? So, jetzt die Nudeln. Die Nudeln. Also, wir haben Sgambaro. Okay. Das ist eine besondere Pasta mit Artweizen. Die kommt aus Venedig. Wir klicken auf unseren Freund. Ennea. Ennea. Ciao, Ennea. Ennea aus Leipzig. Okay. Und, äh, ja, ich arbeite seit einem Jahr mit Sgambaro. Also, wir sind sehr zufrieden in unserem Restaurant. Okay, Leute. Das ist ein Trick. Okay. Hier, Leute. Manche Leute, ich habe gesehen, die machen mit Zähnen. Das geht nicht. Das geht nicht. Hier. Bam. Fertig. Das ist einfach. Das ist einfach, einfach. Nochmal. Bam. Das sind jetzt aber keine Spaghetti, ne? Das sind Bigoli. Bigoli. Und die Bigoli ist nur zu? Ja, wir haben nur zum Fisch. Also, die sind, benutzen wir nur zum Fisch Bigoli. Ja? Okay. Und, äh, das ist wie Spaghetti. Aber in Norditalien, die sind, sagen wir mal so, die, die coole Leute, sagen wir mal so, deswegen Bigoli. Ja? Aber die sind, Spaghetti, Bigoli ist, äh, aber die sind von der Stärke halt schon. Ja, die sind ein bisschen, ne? Die sind ein bisschen größer. Ja. Okay? Natürlich, du siehst du diese Art Weizen. Ja. Ja? Ist auf jeden Fall ein anderes Geschmackserlebnis auch, ne? Ein anderes Geschmackserlebnis. Auch bei der Pasta sollte man da ganz einfach schauen, dass man da nicht spart, ne? Okay. Also, ich, äh, kann euch sagen, äh, ich habe was gelernt, mein Papa, wenn zum Beispiel meine Mutti ist in die Discount gegangen, entweder Fleisch kaufen oder so, der hat, meine Mutti ist nach Hause gekommen, mit der Tüte, und mein Vater hat das gesehen. Also, weißt du, bei uns zu Hause, aber alle, viele Leute in Sizilien, gehst du an Land, dann nehmst du eine Hühner, dann nehmst du frische Tomaten, es gibt keine Discount. Also, Leute, keine Discount. Also, ich kenne es. Okay? Nur Gutes über Macht. Ich kenne es zum Beispiel, wo ich in Rom gewesen bin, ich werde es nie vergessen, wir haben in der Innenstadt gewohnt. Ja. Und früh um sechs, also wir haben ja bei offenem Fenster dort schlafen müssen im September, weil es einfach zu warm war. Ja, Rom, ja. Und früh um sechs war da ein übelster Tumult draußen auf der Straße und wir guckten da raus, was ist da los? Da bauen die unten den Markt auf. Ja. Mitten in der Stadt drinnen. Das ist geil. Und dann gibt es, der eine bringt die Tomaten, der andere bringt die Gurken, der andere bringt Zucchini, der andere bringt den Fisch, der andere bringt... Weißt du, wir haben... Deswegen brauchst du keine... Entweder Geschirr frisch macht. Ja. Oder gute Supermarkt. Richtig. Ja? Keine Discount, Leute. No go. Also, ich bin fertig. Okay, ich werde mal hier unser Geschirr auf jeden Fall schon vorwärmen, Alessio, oder? Weil machen wir auch Tavulata, oder? Ja, klar. Wir essen alles zusammen. Ja? Bis ich gehe. Ich mache jetzt ein bisschen Petersilie. Deine Restaurants erklären wir hier nochmal. Ich finde ja immer, oder Robert findet es auch immer lustig. Schwizio. Ja. Was bedeutet Schwizio? Hallo. Ist das Schwizio? Das ist eine Schwizio. Das ist ein Genuss. Etwas Schwizio. Also, damals, als ich das Schwizio aufgemacht habe, wollte ich mir einen Namen überlegen, einen Namen, das keiner hat. Wir wissen, wir sind in Deutschland, wir sind im Ausland. Es gibt so viele Restaurants Roma, Restaurants Treviso, oder Bella Italia, oder Bella Napoli. Und du kommst rein, und du weißt nicht, ob Italiener sind, ob andere Nationalitäten. Wir haben ja nicht dagegen andere Nationalitäten. Jeder kann machen, was er will. Aber, weil ich bin authentisch Sizilianer. Ich mache italienische Küche, authentisch. Ich arbeite mit meinen Leuten. Und deswegen habe ich diesen Namen Schwizio. Also, ich mache Schwizio. Und dann kann niemand, nur die Italiener wissen, was bedeutet Schwizio. Und kann niemand nachmachen. Okay. Schwizio auf Deutsch bedeutet etwas gönnen. Wir, heute, wir gönnen etwas frische Müsse, frische Vongole, lecker, Pasta. Okay. Das ist ein Genuss. Eine Schwizio. Ja. Genau. Das ist Schwizio. Okay. Deswegen. Na ja. Alessio, was brauchen wir jetzt noch? Wir haben... Ich brauche... Ich bin fertig, Kai. Wir warten nur noch auf die Pulpe, oder? Wir warten nur auf die Pulpe. Das dauert noch. Noch 20 Minuten. Ungefähr. So, die Nudeln. Genau. Diese Nudeln, äh, al dente. Braucht 12 Minuten. Aber wir nehmen Reis raus, so 10 Minuten. Und tun wir in die, in die Muschel rein. Okay, lassen wir nochmal zwei Minuten mit Soße kochen. Ja? Dass die Nudeln die Geschmack bekommen. Und dann, äh... Das ist Mangiare, oder? Mangiare. Ragazzi, wenn ich das ja trovere... Wir sind in Schwizio, Pizza napoletana, Spaghetti. Wir sind alle italienische. Natürlich. Ähm... Forza ist die beste Pizza in Dresden. Aber ich bin nicht, dass ich das sagen muss. Ihr müsst es euch probieren. Okay? Kai, hast du verstanden? Ein bisschen. Du sprichst ein bisschen italienisch, oder? Erzähl deine Geschichte. Wo hast du Koch gelernt? Wo habe ich Koch gelernt? Ja? Ich lerne heute noch. Heute von dir. Ja, das... Also man lernt immer... Man lernt immer etwas. Ich lerne auch etwas von dir. Man soll sich... Das es immer geben und nehmen, oder? Genau. Man soll sich auch nie zu schade sein, dort irgendwo noch weiter zu lernen im Leben. Also ich habe das Problem, manchmal im Restaurant, die Koch, da kommt ein neuer Lehrling und die sind immer einversüchtig. Der Koch, nein, die zeigt dir nicht wieder, nein, ich bin überhaupt nicht einversüchtig. Ich lerne auch von dir. Genau. Und das ist, man muss sich immer ergänzen. Und das ist, ich sage immer meine Leute, Leute, muss euch nie heifersüchtig sein. Genau. Weil einer mehr kann als du. Das bedeutet nicht, dass du schlecht bist. Vielleicht hast du ein anderes Talent, ne? Das ist der Punkt. Das die andere nicht hat. Aber man muss immer schauen, ne? Jeder ist für sich sein Meister, in seinem, was er tut. Also wo habe ich kochen gelernt? Ich habe kochen gelernt in einer Ausbildung quasi, ganz klassisch, im Hilton in Dresden. Ah, okay. Drei Jahre lang. Danach bin ich in die Schweiz gegangen für eine Saison. Okay. Und kurz darauf, mehr oder weniger, habe ich dann also die einen oder anderen kleinen Jobs gehabt. In der Dresdner Neustadt war ich unterwegs. Dann Villa Emma im Weißen Hirsch oben. Okay. Parkhotel. Und dann war ich schon einer der Pioniere in Dresden als Mietkoch. Ah, okay. Und habe mich zur Verfügung gestellt. Also quasi Restaurants geholfen, wenn Urlaubszeit krank, etc. Bin ich als Koch, als einer der Pioniere mit einem Kollegen damals zusammen unterwegs gewesen. So, Alessio, ich würde sagen, die Pasta ist soweit. Die Pasta ist soweit, okay. Dann komme ich mal zu dir hier. Okay. Das gebe ich dir. Also ich nehme jetzt ein bisschen, okay. Jetzt müsstest du dir eigentlich bloß noch vorstellen, so 25 Grad, oder? Ja, das ist. Es ist 21 Uhr, oder? Ja, klar. Du, vorige Woche bei uns, die haben. Du brauchst eine Kelle, ja. Ja. Die haben Sonntag in Palermo, die haben gebadet, Leute. Gebadet. Überleg mal. Das hast du mir gezeigt, ne? Schön. Schön, Spaghetti. No? Geil. Guck mal, wie geil ist. Was ist hier los? Was ist hier los? Hallo. Ich mache immer ein bisschen Wasser. Okay? Lassen wir noch ein bisschen kochen. Okay. Grazie, Kai. Prego. So. Na ja, da haben wir es doch. Der Pulpo. Der Pulpo ist fast fertig. Wie bekommen wir jetzt bei dem Pulpo raus, ob der gut ist oder nicht gut ist? Ja. So. Dann nehmen wir eine... Was brauchen wir? Eine... Schüssel? Hab ich hier. Du musst einfach, siehst du, siehst du, ist noch nicht so richtig farbig, ja? Und nimmst du ein Messer, okay? Und dann... Und dann, siehst du, dauert noch ein bisschen. Mhm. Na? Du kannst ihn aber auch übergaren, du kannst ihn zu weich kochen, ne? Genau. Dann löst sich im Prinzip die Haut dann ab. Genau. Aber wir wollen nicht zu weich kochen, das dauert noch zehn Minuten, lassen wir hier rein. Und, äh, und dann tun wir hier rein. Bei, ähm... Tentakel. Tentakel. Okay. Und den Rest, okay, machen wir Salat. Okay, auch ganz einfach. Ganz einfach, Salz, Pfeffer, Knoblau und ein bisschen Petersilie, okay? Das müssen wir ein bisschen noch zehn Minuten stehen, weil der Salat muss schön weich, ne? Okay. Wir kennen, dass die Pulpo, die Octopus, immer so, die Leute sagen, nee, das ist eine Gummisäule. Das ist keine Gummisäule. Das Problem, wenn, ab der die Gummisäule gegessen, das war falsch gekocht. Das war falsch. Deswegen musst du noch mal zehn Minuten, weißt du, in Wasser kochen, ja? Dann wird man weich. Korrekt. Action? Action. Okay, jetzt. Nehmen wir die Pulpo raus, oder? Ja, ja, Pulpo raus. Mmh. Oh, schweizio. Das ist ein Traum. Que gusto. So. Bravo. Alles, wir den machen wir hier drüben hin. Genau. Ne? Weil wir möchten uns jetzt noch hier einen Pulpo-Salat machen, ne? Genau. So, jetzt ich nehme das Octopus. Okay. Die machen wir erst mal ein bisschen aus, oder? Die nehme ich dir weg. Nehmen wir den Kopf weg. So, was machst du jetzt, Alessio? Jetzt schneiden wir das Octopus. Magen wir Octopus-Salat. Okay. Jetzt nimmst du erst mal ihm, im Prinzip, seinen Sack weg. Genau. Das Ganze. Kopf weg, Augen weg. Kopf weg, Augen weg. Zeig mal her. Zeig mal her, ja. Das ist im Prinzip jetzt die Tintenfischtube. Genau. Hier ist die Augen. Hier, schauen wir mal. Weil ein bisschen Anatomie möchte man ja auch noch mit drüber geben, ne? Das ist die Augen von dem Pulpo. Das ist sehr heiß. Okay. Das ist weg. Heiß, ne? Sehr heiß. Molto caliente. Kaliente. Okay. Das ist die Augen. Geht weg. Okay. Das geht weg. Das ist die Augen. Das machen wir klein. Nimm erst mal hier die Augen weg, ne? Ja. Okay. Nudeln rein. Das ist der Mund. Okay. Und das machen wir die Oktabussalat. Olivenöl. Olivenöl. Das muss schön grün sein. Okay. Was noch? Pfeffer. Pfeffer. Okay. Ich mache noch ein bisschen Salz. Normalerweise haben wir schon in das Wasser Salz reingetan. Aber ich mache noch ein bisschen. Das ist ein gutes Salz. Das ist ein gutes Salz. Schönes Bergkernsalz. www.cucinata.de Besuchen Sie unsere Shop online. Was noch? Eine Zitrone. Ein bisschen Säure. Ja. Normalerweise ich mache ein bisschen Bio-Zitrone. Schau mal hier. Machst du hier noch ein bisschen Abrieb? Ja. Machst du so? Okay. Machst du so? Okay. So. Alessio, jetzt müssen wir probieren noch, oder? Noch ein bisschen Öl. Wenn ihr möchtet, ihr Lieben, könnt ihr ein bisschen Knoblau eintun. Knoblau, ein bisschen Staudenzellerie. Je nachdem. So. Mama. Ich liebe dich. Danke, dass du mir herbeigebracht hast. Wirklich lecker. Alessio. Bam. Okay. Zeit zum Anrichten, oder? Okay, jetzt gehen wir essen. Und dann gibt's Mangiare. Mangiare. Und arbeiten dort so eine kleine Portion von der Spaghetti ein, oder? Ja. Maggen wir. Zum Rucolasalat hat man gesagt, nur ein bisschen Olivenöl. Etwas Pfeffer und Salz. Jetzt Chernins. cracking. Let's go. Der. Jetzt hot입니다 ein. Kommt jemandenllorer. Ja wir mal. Ja. Wirklich. Ich gebe mit dem Dings in die Mitte, Rucola, oder? Ja. So, soll ich schon noch ein bisschen Rucola unten drunter betten? Ja. Okay. Ja okay, schauen wir. Geil. Kein Schnickschnack, das ist fertig. Also Alessio, pass auf, ihr Lieben, unser Dreierlei, Pulposalat, Rucolasalat mit Kirschtomaten und eine schöne Spaghetti mit Meeresfrüchten. Frutti di mare. Frutti di mare. Alla mama. Alla mama. Okay. In diesem Sinne, ihr Lieben, nachkochen, schmecken glasen. Bäm. Bäm. Ja klar. Bäm. Hey, wo sind wir am Freitag und Samstag? Edika Müller, aber da ist es durch jetzt, weil das kommt viel später. Okay. Okay. Okay, gut. Ihr Lieben, macht's gut. Schaut rein, kommentiert. Ich würde mich freuen, wenn ihr ganz einfach mal eine Inspiration uns geben würdet, was wir für euch vielleicht mal kochen möchten oder vielleicht gibt es sogar einen anderen, der sagt, hey Rizzo, ich möchte mit dir unbedingt mal kochen. Dann melde dich ganz einfach. Also, haut rein. Tschüss, macht's gut. Ciao.